So, willkommen zurück zu MyTime at Portia. Es regnet hier, wir haben, glaube ich, die 157. Folge. Oh, hier ist gerade Nora. Hallo. Einmal unterhalten. Ich weiß, sie haben einen Freude. Wir wollen alle das Beste für Humanität. Wie wunderschön von dir. Ich mag es wirklich. Hey, Neil hat mich vorhanden. So, hier war niemand mehr. Auch nochmal kurz anquatschen. Hier sollte ich das Regenrohr reparieren. Einmal Kupferdraht, einmal alte Teile. Ach so, da kann ich wieder zur Lehrerin reingehen. Die freut sich bestimmt. So, hi. Danke. Ich freue mich wirklich. Jetzt muss ich nicht über die Kinder schlafen. So, die freut sich. Halte ich mich ganz normal. So, mit den Kindern reden wir jetzt nicht. Das sind irgendwie zu viele gerade. Mein Handelsauftrag ist immer noch die Blumenteppiche zu bauen. Ja. Gucken wir mal. Ist noch irgendwas auftragsmäßig hier. Fahrzeug, Boxen, Stopp, TÜV, TÜV, Haltestelle. Gut, wir haben noch super viel Ausdauer. Wir könnten noch so viel machen. Einer ist fertig noch 3 Stunden. Inventar. Wie viel Platz habe ich? Nicht so viel. Klein wenig Platz schaffen. Erstmal alles einsortieren. Jawohl. Okay. Es sind nicht mehr Platz geworden. Herzknoten. Kann im Museum platziert werden. Okay. Das sind ja 5 Stück. Wasser Turm hätten wir fertig. Brille, Mondharmonika. Dann sind die Befürchtungen. Wiem. Soldaten mit Zepter. Mit Landse mit Zepter. Drei, vier, fünf. Okay. Schlangenfleisch. Ein Kaktusfrucht. Da. Am besten. Wenn ich da habe, ich denke, Und wir packen mal das Fleisch mit hier rein, Herbstfestabzeichen, Lupe, Blomteppich, Schmiermittel, Schmiermittel, Schliepfeffer. Die Frucht in der Tattelpalme. Gut. Was ist das? Ein Windrad. Wir packen mal da hin. Gut, genug einsortiert. Es dauert immer noch fast zweieinhalb Stunden. Und dann gehen wir jetzt mal in die Mine. Irgendwie ein bisschen Energie abladen. Äh, Ausdauer. Verspenden. Wir muddeln einfach mal hier drauf los oder? So. Steine. Steine. Da, da, da. Okay, da ist schon der nächste Tunnel. Ach so, wir sind unten. So. So. Ausdauer vertrödeln. Ja. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wann die Blumenteppiche fertig sind. Zwei und halb Stunden. Zwei und halb Stunden. Sagen wir mal, spätestens 17 Uhr sollte ich dann hier aus der Mine mal raus. Da ist nur Stein. Stein und Sand. Oh, das ist aber eigentlich ein bisschen Kupfer. Gibt es eigentlich hier noch Art Fakten? Bei mir? Oder habe ich schon alles gesammelt? Ja. 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 Gut, dann muddeln wir einfach mal in die Richtung. Vielleicht finden wir ja was Gutes. Theorie der strukturellen Dimensionen oder irgendwie sowas. Ich halte die Sprechanlage Teil 3. So. F. Einmal da. Einmal da. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich gerade die kürzesten Wege. Ja. So. Ja. Okay. So, da oben, 15 Meter. So, wo war das andere Teil? Schnell, übersehen. Da ist was. Da ist was. Schnell, gleich 17 Uhr. Und so aussah es ja eh gleich durch. 10 Meter in diese Richtung. Das sieht aus wie von dem Pferd. Und, ach komm, Ausgang. Es regnet immer noch. Und Blumenteppiche. Da hatte ich einen wohl in die Truhe gepackt. So. Wo? Ein cooler Kumpel. An der Bäckerei. An der Bäckerei. Irgendwo. Hi Lucy. So, ein bisschen Geld verdient. Sehr gut. Ich habe jetzt wieder unheimlich viele Steine. Fertigen. Fertigen. Zack. 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 Ähm. Ja. Fertigen. Auftanken. Auf tanken, auftanken, auftanken, fertigen 28, auftanken, kaputt, Stahl, also 25 Holzkohle, fehlt da wieder, 25 Holzkohle, fertigen, fertigen, so, dann gucke ich mal, ob ich noch schnell die Hocker verkaufen kann, ich hoffe der lag mir noch nicht zu, Hocker, Hocker, genau, bestätigen, so, 18.000, da, 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 da ist Presley, Hello, if you work hard and goodbye. Machen wir das auch mal schnell noch, so, wer ist hier schönes Mars? Hello, Porsche is beautiful. Sonst ist niemand weiter hier, oh Diego, ähm, ja komm, essen wir das, da haben wir ein bisschen Ausdauer noch, so, Diego, ein Rezept, zufällig. Ähm, Alice mit, ja hatten wir schon geredet. Ich könnte mal noch in die Forschungsstation gehen. Petra. Hallo. Hallo. Ähm, beschenken, komm, du kriegst auch ein paar hübsche Blumen. So, jetzt haben wir fast alle Blumen bekommen, Sam hatte ich heute noch nicht gesehen. Hm, Sam, Sam, Sam. Ach komm, dann, warte ich jetzt noch, noch ein bisschen Bäume fällen. Da, 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 da. Boing, boing, boing. immer gut wenn wir noch ein bisschen Ausdauer haben da 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 wo treten ah ein Apfelbaum okay Äpfel 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 so Ausdauer ist gleich alle dann könnte ich eigentlich noch ein paar Äpfel in unseren Trockenautomat packen 26, 10, komm Apfelringe warum fassen hier so viel mehr rein Fertigen ist der irgendwie anders okay ich bin verwirrt auftanken befertigen bestätigen auftanken 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 so was fehlt hier noch großes Rohr und eine Stahlplatte Stahlplatten großes Rohr Stahlplatte wo hatte ich noch mal Stahlplatten gehört hier gut das machen wir dann in der nächsten Folge dann sage ich schon mal tschüss und tschau bis zum nächsten Mal so ab ins Bett ja hier Haus muss ich auch irgendwann mal umdekorieren ja egal jetzt erstmal schlafen tschüss tschau bei 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 bei